Hallo und willkommen zu einer neuen Folge CSGO mit Ron Hallöchen Und natürlich mir Der Ron hat so komische Grafikfeder Ja, guck mal, vielleicht hast du das jetzt auch Komm mal mit, direkt kurz Und wackeln wir, also guck mal ins Wasser dann Pass auf, ich flashe jetzt rein Sieht das bei dir auch so komisch aus? Ja Okay Nicht alleine Das war Das sieht etwas komisch aus, ja Ich flashe lang Werbel steht Ja Ron, mach alles Oh Das war aber Knappowatzki, ey Mit 8 HP Das Wasser sieht auf jeden Fall anders aus Ja, das spiegelt sich ganz komisch, ne Ja, bei mir sieht es noch heller aus, aber Verpackt sieht es nicht aus Das spiegelt sich, wenn du so ein bisschen so hoch und runter guckst Während du da drüber läufst Dann siehst du, dass da irgendwie so statisch es nicht mehr spiegelt Ganz, ganz behindert Ich geh jetzt nochmal lang Siehst du? Ja, Tatsache Wenn du so wackelst, das sieht ganz komisch aus, ne? Da ist so ein Rand um mir, so ein Schleier um bei mir Ja, ja Das ist ganz, ganz merkwürdig Gehst du lang raus? Ich komm dann, äh, delayed kurz Ja, warte Ich bin Fast Und, äh Hinter Tunnel Also, äh, hier Seile Okay Okay Ich lass das einmal bei MP7 Wenn du da rausnimmst Die sieht schussbereit aus Aber dauert noch fast eine halbe Sekunde, bis du damit schießen kannst Weißt das ich meine? Ja, ne ich spiele die nicht Keine Ahnung Aber die brauchen fast Langgas machen Komm ich mach mal die Trilux Die billige Trilux Smog Die haben Turm gebaut, lol Einer, äh Spawn Sente Kann irgendwo nach Smog gammeln? Ja Dachte ich mir Deswegen hasse ich die Trilux Smog Nein Hhhhh Einfach Das sind wir noch Auf die Kickzone Einer wird Von dem Warte. Hier kannst du direkt durchrenzen. Leute haben wir hier den patentierten... Wir bauen jetzt hier einen Turm. Da kannst du auch drauf gehen, wenn du möchtest. Warte. Da jetzt. Drauf. Schön. Ich gebe über lang. Komm. Warte. Ich flash einmal. Der ist kurz gesteppt oder? Ich habe keine Ahnung. Nice. Boah dieser Bug man. Ja. Ja. Valve patch das Spiel immer besser. Please fix. Water. Graphic bug. Now. So ich mach mal Wallhack an. Ich seh einen da. Oh, die Molle kommt. Schade. Ich seh doch keinen. Ich kann dir Sam Flash geben. Dann kannst du kurz durchfahren, wenn die Molle weg ist. Bin bereit. Kannst du durch gehen. Ich geh durch. Oh du rennst. Der einzige Engel, wo man nicht flasht ist, ey. Der war halt bis hier. Der Scout ist im Wasser. Das ist eigentlich ein mega Vorteil. Das letzte war er an der Schrägen. Das war ich richtig sauer, ey. Der war schön. Ich gehe mal hier über den Connector. Mach mal langsam. Ich glaube, ich sei mal der Threshwein. Jetzt kannst du Richtung Kurz gehen. Ich flash da einmal. Achtung. Warte, warte. Jetzt kannst du flashen. Warte, warte, warte. Der habe ich genau... Der habe ich genau... Genau da, wo ich reinlaufen wollte, hat er mich abgeschossen. Kamen die beide um die Ecke. Die Schweine. Einmal hier Next Level Play machen. Aber die sticken jetzt auf jeden Fall zusammen. Ich bin auf Refrag. Da sollten wir das auch machen. Okay. Also, lass mal einfach lang vorschleichen. Ich dachte, er wäre schon getroppt. Ich habe auch kalte Hände da, oder? Ja, weiß ich. Ich habe irgendwann... Oh. Ähm. Ja, passt schon. Okay. Jetzt habe ich die MP7. Die spielen auch sehr passiv, ne? Die flashen lang. Ja, die smoken lang. Der ist Barracks gewesen. Ich komme direkt zu dir. Lass zusammen spielen. Ja, natürlich. Ich war ganz kurz irritiert, ob ich zurücklaufen soll oder wieder durch. Und dann, äh, ich... Tut mir leid. Ist alles gut. Mein Gehirn ist irgendwie heute nicht... ...on point. Kann man over all, also heaven gehen? Jeder Spawn ist neu. Okay. Jo, ich gehe direkt hoch, ja? Ja. Wow, jetzt mache ich Pause. Taktikbesprechung. Ja. Aber weil ich so faul bin, das Video zu schneiden, müssen wir jetzt die Zeit umgehen. Wie hat's denn hier? Ähm. Metcoins. Sollen wir die kaufen? Ja, ja. Jetzt aktuell, äh, wird vielleicht aber kurz ein wenig warten, bis der Markt sich erholt hat. Ja. Ich weiß aber, bis es den Anschein macht, dass er sich erholt und dann kaufen. Ja. Und ehrlich gesagt, wir haben, glaube ich, sehr wenig Ahnung davon. Richtig. Und wir haben hier ein Schild, das wo Achtung draufsteht. Ja. Weil man sich den Kopf stoßen kann, aber da muss man schon ein 2-Meter-Mann sein, um da den Kopf zu stoßen. Aber warum soll das Achtung da sein? Ähm. Weil da Röhren sind und da ist ja normalerweise Wasser, denke ich mal. Ja. Ansonsten würden die Röhren ja keinen Sinn machen. Die Treppe sowieso, alles, die komplette Map... Der Mapaufbau ist komplett Bullshit eigentlich. Ja. Naja. Go, go, go. Läuft. Kannst einfach hier rechts direkt stehen bleiben und einfach da so ein... Einem Titspawn quasi. Also da, wo der alte Spawn war. Genau. Äh, kurz Steps, Wasser. Spielen sehr langsam. Wir haben nicht geboostet. Ich habe schon gecheckt, ist nicht. Machen es seriös, Alter. Die haben sich jetzt... Machen sie Timerush. Die denken wir gehen A. Verschied mal auf A. Einer schießt auf Kurz, auf Barrels. Ja, ja, ich prüfe halt den ganzen Engel. Einer durch jetzt. Reload. Ich habe Reload. Ich schleiche mal Wasser. Geht immer noch Default der Typ. Ja, ja. Ist er gerade Shot gegangen? Ja, ich glaube, er hat mich gesehen. Hallo? Hier rum! Ach. Gut. Der ist wirklich Shot gegangen. Warum auch immer. Ich habe es echt nicht gesehen, wie der Shot gegangen ist. Ich gönne mehr Farmers, oder? Mach ruhig. Gönne mehr Farmers. Ah, beide jetzt? Okay. Ich gehe direkt kurz gegen. Ich gehe mal Barrels. Ja, Ron regelt. Ja, die waren blind. Also einer war blind. War blind! Musst du unbedingt auf Behinderte gehen. Sucht er sich extra die blinden Leute aus, ne? Richtig, richtig gemein. Ich habe tatsächlich erst auf die blinden geschossen. Flaschmack. Wollt gerade da Molotoffen. Oh, beide stehen da noch. Boah, Alter. Hintereinander im Türmchen. Lalalalalala. Einer hat 10 AP. Der Lennart hat 10 AP. Ne. Lion Busy hat 10 AP. Aimer das ab. Ja, behalte den Engel einfach erstmal bei. Musst du nur aufpassen, dass er sich nachher nicht noch pushen. Ja. Ich frage euch. Ja. Ich hab gedacht, die Flash trifft mich nicht. Ja. Der 10 AP. Neiner direkt unter dir wahrscheinlich. Boah, zieht durch und droppt deine Waffe weg. Aber du hast keinen Kit. Nevermind. Boah, stirbt doch. Drei Schuss? Reichen. Aber ich habe keinen Kit, ne? Defusing. Na, das hätte glaube ich nicht mehr funktioniert. Oh crap. Ich krieg auch nicht die Waffe gesaved. Ich krieg auch nicht die Waffe gesaved. Warum habe ich keinen Kit? Sonst kaufe ich immer Kits. Kannst du mir irgendeine U-Kil-Waffe legen? Ja, das kriegst du ja klar. Ja. Können wir mal ein Klimtchen bauen da bei Sunpacks? Ja, 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 mach mal. Ah, ich habe kalte Hände. Tja, auf. Wenn man kurz up-aimt, kommt keiner kurz. Typisch. Werde ich nicht zuerst gesehen, wenn einer lang kommt? Nee, ich werde zuerst gesehen. Der andere war auch da. Ist ja schon hier gewesen. Denkst du, er ist direkt vorgewascht und kommt jetzt hier? Unwahrscheinlich, ne? Ja. Ich würde mich einfach so hinstellen, vielleicht noch geduckt. Und einfach auf den Plant warten. Nee, 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 nee. Oh, nee. Nicht gar die. Nein, 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 nein. Die sind lang, Alter. Ich geh nochmal kurz und schnell gegen mit Pistol. Oh, der hat doch Heck. Warum hat er mich abgeliebt? Go, go. Haha. Ich würde das halt ne Molotow. Hätten der geplant, hättest du den wegmolonen können, so. Flashbang. Ich glaube beide sind Connector drin. Warte, ich Nate? Ja, die Nate war Premium. Ne, na auch kurz. Ich renne direkt wieder zurück. Der ist nicht, der ist da nicht. Egal, geil. Werf ich trotzdem. Verschwenden. Einfach verschwenden. Jetzt kannst du dich rechts daneben stellen. An die Tür. Ich hab das. Eigentlich nicht, ne? Ja. Drop mal deinen Pistol ins Wasser. Nein. Du kannst dann drop deinen Pistol ins Wasser. Jetzt keinen Fallschaden bekommen. Das hört sich dann nämlich so an, als wärst du gedroppt, wenn du dann oben stehst und erst in Deckung. Wirklich? Ja, das hört sich anders an schon, aber... Okay. Weißt du, wie ich mein? Auf diese Stunz denkst du, okay, das ist gedroppt. Ach, wir haben schon gewonnen. Ja. Ich hab doch den ja defusing gewonnen. Ja. Wake up auf DMG. Glückwunsch. Gut. Da würd ich mal sagen, könnt ihr oben links auch abonnieren klicken. Rechts habt ihr zwei Videos zur Auswahl. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, wir verlieren. Äh, ich mein, wir gewinnen. Bis dahin. Ciao.